Wir sind immer noch bei Tiny Toons im dritten Level und wir sterben. Wahrscheinlich. Wir waren schon beim Boss und der Boss ist doof und die Levels sind doof. Was ein Scheißspiel. Was, ein Scheißspiel. Gut, das Level war jetzt noch nicht so schwer. Richtig schwer wird dann das zweite Level. Danke, wir können einmal getroffen werden. Ja. Super gemacht, das hier. Super gemacht. Na klar. Die Killer-Eule. Oh, wir sind so schlecht. Und nochmal von vorne. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem ich diese Musik einfach nur noch zum Kotzen finden werde. Mal gucken, wie lang es dauert. Ich glaube nicht lang. Energie. Energie. Schönes Jump'n'Run. Aber echt. Du blöde Eule. Oh Mann, ich bin so dämlich. Ich bin echt so dämlich. Oh Gott. Was ein tolles Spiel. Schuld daran ist, dass ich so ein Mist-Spiel sei. Eigentlich meine Frau. Weil ich wollte ganz gechillt, Megaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meine Frau sagt, nein. Spiel doch nicht erst Megaman. Spiel doch erstmal was anderes. Es gibt so viele schöne kleine Spiele, die du spielen kannst. Da findest du bestimmt irgendwas, was anspruchsvoller ist als Megaman. Du blöde Eule. Du blöde Eule. Ja. Also, Darkwing Duck. Hm, gut. Gar nicht so schwer. Geht. Fast. Was spiel mal als nächstes? Tiny Toon Adventures. Tiny Arschfick Adventures. Agro Power. Dieses Spiel wird mich so viele Nerven kosten, die es mich jetzt schon kostet. Weil es einfach nur schwer ist. Kann man so nennen? Agro Power. Gut. Agro Power. Gut, wir leben noch. Agro Power. Jetzt sind wir... Oh nein, wir sind tot. Ich glaube, ich bin schon wieder... Oh nein, ich bin schon wieder Game Over. Oh nein, wir haben den falschen ausgewählt. Okay, ich bin schon wieder... Okay, ich lasse mich jetzt sterben. Weil ich möchte wenigstens volle Leben haben. Sonst schaffe ich es sowieso nicht. So, danke, tot. Game Over. Ja, der Coyote folgt den Roadrunner. Continue. Hier. Und hier nehmen wir der Duffy, weil Duffy ist der Einzige, mit dem ich was anfangen kann. Jo, nochmal. Nochmal, diesmal den schönen. Hallo Duffy. Duffy. Duffy ist toll. Auch wenn seine Fresse ein bisschen... Bisschen lächerlich ist, werden fliegen. Hey, hallo. Hallo, ich bin Duffy. Ich bin Duffy. Ich kann fliegen. Nicht. Gut. Diese blöde Eule. Wieso schaffe ich es nie, an dieser blöden Eule vorbeizukommen, ohne mich treffen zu lassen? Wieso? 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 Gut, kein Leben verloren. 25 Karten. Nächste Welt. Danke. Mop, mop. Dope, dope. Der kleine, kiffende Geier, der immer nach Dope will. Dope, dope. Give me Dope, dope. Boom. Wir bleiben Duffy. Dann haben wir es nämlich hier ein bisschen einfacher. Glaube ich zumindest, dass es einfacher ist. Komm jetzt von hinten, Fledermäuse. Guuuut. 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 Brrrr. Guuuut, gut, gut. Äh, könnte schlimmer sein. Ich glaube, das war's nämlich schon. Ja. So. Jetzt kam, äh, ah ja, Elmira. Die knuddelt und wurdelt uns, bis ins die Luft fett bleibt. Und da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das ist doch überhaupt nicht fies gemacht, oder so. Ja. Gut. So. Ich sag immer so. Warum sag ich so oft so? Ich hab keine Ahnung. In dieser Welt dürfen wir jetzt so gut wie möglich nicht sterben. Sondern in einem Versuch durch das gesamte Level. Und dann den Endboss killen. Naja, schaffen wir schon. Allzu schwer war das Level ja nicht, glaub ich. Glaub ich. Guck mal runter, ja. Huuuuh, Fischis! Gut, gut, gut. Was bringt's eigentlich, wenn ich da oben hochgehe? Ah. Wir sind wieder Duffy. Gut. Gut, gut, gut. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, Duffy zu sein. Ach, wir müssen sogar da lang. Hier runter, danke. Und hoch. Und dann, wenn ich da oben hoch. Puh, das war knapp. Fast hätte uns Ratti erwischt. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Wenn es nicht ganz so schwer wäre. So. Hier kann einmal getroffen werden. Endboss. Und wir haben drei Leben. Okay. Er kommt von links. Gott, ich schaffe das nicht. Mann, der ist so schnell. Der ist zu schnell. Der ist einfach zu schnell. Wie soll man das schaffen? Das geht doch nicht. Ich treffe den einfach nicht. Hallo. Und wir sind tot. Und nochmal das ganze Level. Ach ja. Super tolles Spiel. Echt. 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 Meine Lahn, dieses Spiel durchzuspielen, sinkt von Minute zu Minute. Na, wir wollen nicht tauschen. Wir bleiben da wieder. Das war knapp. Okay. Und wenn man da jauernd tut. Echt. Peter, ich bin da noch von... Ich frage mich. Hier. Dann bin ich nicht. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich kalte mich. Und wenn es nicht. Dann bin ich. Wie soll man den treffen? Der ist so schnell, das gibt's nicht. Oh, wir haben ihn getroffen. Und wieder nicht. Hm, wieder nicht. Hm. Ach ja. Ja. Noch ein Treffer, hoffe ich. Treff halt, blöde Ente. Nein, drüber geflogen. Oh, zu spät. Yes! Ja! Oh Gott! Was für eine Scheißwelt. Viel schwerer geht's ja langsam nicht mehr. Drei Welten geschafft! Ja, wir wählen wieder aus und dann hier diesen... So. Ah, nicht mit flackerndem Buster. So. Wir sehen uns hier im nächsten Video wieder. Euer Dusty. Bis bald. Ja, wir sehen uns hier. Ja.